Hallo und herzlich willkommen. Richtig cool, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zum ersten Abend von unserer neuen Themenserie, die drei Farben deiner Gaben. Heute ist die Einführung, ich habe die Ehre, Jonathan mein Name. Das Ziel von diesem Abend ist, ein gutes Fundament zu kriegen für die nächsten Abende. Ja, über das Thema der Gaben, dass wir danach, wenn es persönlich wird und auch wenn wir tiefer gehen, darauf aufbauen können. Und ich freue mich, dass du dabei bist und ich lade dich ein, keinen einzigen Abend zu verpassen. Ich glaube, es ist richtig gut, wenn wir uns mit den Gaben beschäftigen. Zum einen haben wir letzte Woche gehört, dass es Teil von unserer Vision ist. Dass wir ermutigen wollen, dass bei uns in der Gemeinde und in der Jugend Gaben neu entdeckt und neu entfacht werden. Und zum anderen glauben wir auch, dass es uns als Jugend gut tut. Ja, dass es uns als Gemeinde nach vorne bringt, neu belebt und richtig gut tut, wenn wir uns mit den Gaben beschäftigen. Ich glaube auch, es ist auch gerade in unserem Alter, und da zähle ich mich einfach mit rein, richtig wichtig. Und es lohnt sich, sich in dem Alter mit den Gaben auseinanderzusetzen. Zum einen ist es die Zeit, in der du dich am meisten mit deiner Identität auseinandersetzt. Nehmen wir die Zeit, Ende Schule, Anfang Ausbildung vielleicht und auch Studium. Das ist die Zeit, die maßgeblich dein restliches Leben prägt. Und zum anderen ist es aber auch die Zeit, in der du anfängst, über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken. Du fängst an, Dinge in deinem eigenen Umfeld und auch in deinem eigenen Elternhaus vielleicht mal kritisch zu sehen oder zu betrachten. Und zum anderen merkst du auch, es gibt Gemeinden, die bei den Gaben zum Beispiel ganz anders stecken. Die die Gaben ganz anders betonen oder zumindest mit ihnen umgehen. Und es kann entweder zu Verunsicherung oder zu Verurteilung führen. Und ich kann sagen, bei mir, als ich so 19, 20 war, habe ich mich intensiv das erste Mal in meinem Leben eigentlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und bei mir hat es zu Verunsicherung geführt. Meine Frage. Was sind denn deine Gaben? Umfragen in den USA haben ergeben, da waren Umfragen unter Christen, die regelmäßig in der Gemeinde sind. Also die irgendwo auch engagiert sind. Und da hat eine Umfrage ergeben, dass 80% auf diese Frage, die ich dir gerade gestellt habe, keine Antwort haben. 80% konnten nicht sagen, was genau eigentlich ihre Gaben sind. Und wenn jetzt auch dir gerade das vielleicht schwerfällt, deine Antwort darauf zu geben, dann weißt du, du bist auf jeden Fall gar nicht allein. Ich bin mir auch sicher, dass unter uns und so geht es mir auch oft, dass ich mir selber sehr im Unklaren bin, was eigentlich meine eigenen Gaben sind. Und das möchten wir auch ein bisschen behandeln in der Serie. Wir wollen aber heute noch gar nicht auf einzelne Gaben eingehen, sondern das Thema noch ein bisschen allgemeiner begreifen. Ganz am Anfang, was ist eine Gabe? Ich meine jetzt eine Gabe im christlichen und im geistlichen Kontext. Und da gibt es so eine Faustdefinition, die wir uns einfach merken können für die nächsten Tage. Eine Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die Gott nach seiner Gnade jedem Glied am Leib Christi gibt und die zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt werden muss. Also es ist eine besondere Fähigkeit, die Gott selbst verteilt und er sucht aus, wer welche bekommt. Sie ist für jeden Menschen am Leib Christi und zum Aufbau der Gemeinde da. Ja, okay, und wer bekommt die Gaben? Bei der Frage dürft ihr mit mir in die Apostelgeschichte eintauchen. Die Apostelgeschichte beschreibt den Weg der ersten Kirche oder der ersten Kirchen, nachdem Jesus gegangen ist. Und da lesen wir ganz am Anfang in Apostelgeschichte 2, ab Vers 38. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist interessant. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück und lernen, der Heilige Geist selbst ist eine Gabe. Wenn du vor Gott deine eigene Schuld eingestehst, ihn um Vergebung bittest und damit das Kreuz, das Jesus auf Golgatha auf sich genommen hat, für dich ganz persönlich in Anspruch nimmst, Gott in dein Herz einlädst, ihn wohnen lässt und ihm nacheiferst, bekommst du eine Gabe, den Heiligen Geist. Und diesen Moment nennen wir manchmal in unseren Kreisen Bekehrung oder Wiedergeburt. Und es kann manchmal spektakulär, es kann manchmal auch ganz rational, ganz einfach erscheinen. Und diejenigen aus unserer Gemeinde, die schon mal auf unserem Gemeindezeltlager, Jungschatzzeltlager, Mitarbeiter oder Teilnehmer waren, die kennen das vielleicht vom Fackelkreuzabend. Da geben wir dem auch immer einen Raum. Und bei mir selber war das ein Moment, da war ich ungefähr 13 Jahre alt und es war relativ unspektakulär. Es gab eine Andacht, eine Predigt und ich habe ein innerliches Ziehen gemerkt. Ich habe gemerkt, da ist eine Einladung von Gott, die ist schon noch offen, die möchte ich annehmen. Ich habe das mit niemand anderem geredet. Ich habe mich abgesondert von der Gruppe, mich unter den Baum gesetzt und Jesus in mein Leben eingeladen und tiefer Frieden ist in mein Herz gekommen. Die Bibel sagt, wenn das passiert, darfst du dich taufen lassen und du bist Teil, genau, und Teil davon. Und Gott möchte dir ein Geschenk geben, den Heiligen Geist. Und möglicherweise ist das jetzt schon der entscheidende Punkt für dich. Vielleicht bist du dir ja gar nicht sicher, ob das bei dir zutrifft. Vielleicht bist du in dem christlichen Kontext aufgewachsen, aber du hast es nie zu deiner eigenen Entscheidung gemacht. Oder du bist noch ganz neu, ganz neugierig dabei und du schaust dir das gerade an. Dann habe ich eine Einladung für dich. Und zwar, ich lade dich ein, diese Frage für dich zuerst zu beantworten. Alles Weitere, gerade bei den Gaben, folgt aus dieser Entscheidung. Hast du das Liebesangebot des einzigen großen Gottes schon angenommen? Und im zweiten Schritt lade ich dich ein, diese Frage mit Ja zu beantworten. Ich habe es auch schon, wie gesagt, mit Ja beantwortet. Und ich weiß von vielen aus der Jugend, auch persönlich, dass die es auch gemacht haben. Und es war die wichtigste und die schönste Entscheidung in meinem Leben. Weihnachten ist ja jetzt gar nicht mehr so lange her. Und wir wissen, das ist uns noch ganz klar vor Augen, was ist der Charakter von einem Geschenk? Der Charakter von einem Geschenk ist, man kann gar nichts dafür tun, um es zu bekommen oder es sich zu verdienen. Ja, bei einem Gehalt oder bei einem Lohn, da kann man was dafür tun. Nicht aber bei einem Geschenk. Du warst vielleicht im Vorfeld von den Tagen Mitte Dezember bis Weihnachten dann an Heiligabend zur Bescherung auch gespannt, was du bekommst. Und hättest am liebsten irgendwas dazu beigetragen, dass die Geschenke besser werden. Und jetzt bist du vielleicht enttäuscht oder super happy. Und vielleicht war das auch ein abgekardertes Spiel. Deine Eltern haben mich gefragt, was du haben möchtest und du hast es bekommen. Dann war es jetzt kein klassisches Geschenk, sondern einfach eine Wunschliste. Aber der klassische Charakter von dem Geschenk, du kannst es dir nicht aussuchen, du kannst nichts dafür tun. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Es ist mega spannend und wir könnten über den Heiligen Geist eine eigene Serie machen. Und vielleicht machen wir das auch noch. Aber ich möchte in dem Zug jetzt erstmal auf zwei Dinge eingehen, die der Heilige Geist mit sich bringt. Und zwar zum einen sind es die Früchte des Geistes, vielleicht hast du davon schon mal gehört, und zum anderen die Gaben. Die Früchte sind in Galater 5, Abvers 22 beschrieben. Und ich nenne sie jetzt einfach mal, die sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte des Geistes. Es gibt die Früchte und die Gaben. Und der Unterschied ist, alle Früchte sind für jeden Christen. Der Geist, der Heilige Geist, formt und entwickelt deinen Charakter weiter. Und die Früchte sind das eigentliche Kennzeichen, ob du mit Jesus und damit mit dem Heiligen Geist unterwegs bist. Paulus sagt an einer Stelle in 1. Korinther 13, ganz am Anfang, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, die Liebe als erste Frucht, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Also ich habe keine Erfahrung mit Erz und Zimbeln, aber es scheint nicht nützlich zu sein. Und wenn ich Weissagung habe, volle Erkenntnis, Glaube der Berge versetzt, also da zählt jetzt Paulus die Geistesgaben auf, aber keine Liebe, so bin ich nichts. Wenn sich ein Mensch bekehrt und Jesus in sein Herz lässt, werden die Früchte des Geistes automatisch Teil von seinem Wesen und seiner Persönlichkeit. Und es wird nach außen sichtbar. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also, die Früchte sind ausnahmslos für alle da und sie sind das offensichtliche Kennzeichen des Geistes. Dann bleibt natürlich jetzt die Frage, was hat es mit den Gaben auf sich? Und da dürft ihr mit mir einsteigen in 1. Korinther 12, ab Vers 8. Und das ist ein ganz entscheidendes Kapitel, wie das auch darauf folgende. Das hat Paulus geschrieben, da werden wir später noch ein paar Sachen draus lesen. Und es geht so los. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Und es werden weitere Gaben aufgezählt. Und dann heißt es weiter, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Es kommt klar raus, der Verteiler der Gaben ist Gott und nicht der Mensch, wie er will, durch seinen Geist. Der Mensch ist der Empfänger der Gabe. Und es heißt auch in der Formulierung, einer hat die Gabe, ein anderer aber die Gabe. Kein Mensch hat alle Gaben und im Gegensatz zu den Früchten soll der Mensch auch gar nicht nach allen Gaben streben. Er soll nach den Gaben streben, viel mehr noch. Er soll sogar sie immer wieder neu entfachen. Nur nicht nach allen. Und jeder Mensch hat mindestens eine Gabe. Was ist deine Gabe? Meistens sind es aber mehrere Gaben oder Gabenkombinationen. Und die Gaben sind sehr unterschiedlich. Wenn wir uns später mit den einzelnen Gaben auseinandersetzen, merken wir, die sind wirklich vielfältig. Und Paulus möchte in der Stelle betonen, dahinter steht immer derselbe Geist. Und an der Stelle geht es weiter. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. In diesem Beispiel dient das Bild des Körpers, des Leibes für das Zusammenspiel der Gaben. Und im gleichen Abschnitt steht noch, egal ob Jude oder Grieche, egal ob Sklave oder Freier. Und das können wir ziemlich genau auf uns beziehen. Egal, ob du in dem christlichen Haushalt aufgewachsen bist oder ob du ganz neu in der Jugend bist. Egal, ob dein Umfeld dich dazu gedrängt hat, Jesus kennenzulernen oder dir quasi das schon in die Wiege gelegt hat. Oder ob dein Umfeld dich in deinen Gaben schon immer gefördert hat. Oder ob du dir alles selber erarbeiten musstest. Die Zugehörigkeit zum Leib ist was ganz Persönliches. Und entscheidend ist der Geist. Und es geht weiter, und die Formulierung finde ich eigentlich ganz nett. Der Fuß kann nicht sagen, ich wäre so gerne Hand. Das kann man sich bildlich vorstellen. Der Körper und der Fuß rebelliert und sagt, ich wäre so gerne Hand. Ich stehe hier immer nur blöd rum. Ich will auch mal was in die Hand nehmen. Ich will auch mal in den Mittelpunkt. Ich will, wie die Hand, vor allem die rechte, an einem Rechtshänderleib. Das kann der Fuß nicht sagen. Der Fuß ist wichtig, er wird gebraucht als Fuß. Und er ist Teil vom Leib. Er kann sich nicht entkoppeln. Und weiter, und das ist auch spannend, heißt, das Haupt kann zu den Füßen nicht sagen, ich brauche dich nicht. Ein Teil vom Körper kann nicht zum anderen sagen, dich brauchen wir nicht. Und ich finde es interessant, dass da vom Haupt gesprochen wird. Die Leitung von der Gemeinde, das Haupt der Gemeinde, auch von der Jugend, kann ich sagen, die eine oder andere Gabe können wir hier nicht gebrauchen. Und es geht weiter. Und da habe ich jetzt mal ein ganz kontroverses Beispiel und eine kontroverse Frage für dich. Stell dir vor, wenn unsere Jugend hier in Essling, im EC, ausschließlich aus ganz tollen, begabten Lobpreisleitern bestehen würde, die alle fünf Instrumente spielen können, die alle das absolute Gehör haben und Engelsstimme, Kopfstimme, ich kenne mich nicht aus, ihr hört schon, ich bin kein Lobpreisleiter. Aber wenn das so wäre, wie wäre das? Antwort, ich glaube, es wäre furchtbar. Anderes Beispiel, wenn alle bei uns in der Gemeinde theologische Dinge in einer Klarheit auf den Punkt bringen können, dass uns reihenweise ein Licht aufgeht, dass wir, wenn jeder, der das macht, also alle, anfangen Dinge zu erzählen und wir auf einmal ein Licht aufgehen und uns klar wird, wie Jesu Wesen eigentlich ist, wenn das alle machen würden, was würde passieren? Ich glaube, wir würden nicht vom Fleck kommen. Und das wäre auch nicht schön. Heißt das, wir brauchen keine Lobpreiser? Nein. Heißt das, wir brauchen nicht noch mehr Leute, die preachen können? Ganz sicher nicht. Wir brauchen von beidem mehr. Aber, und das ist mein Punkt, wir brauchen alle Gaben. Und ich habe jetzt im Beispiel einfach zwei offensichtliche Dinge rausgesucht, die einfach oftmals mehr im Mittelpunkt stehen. So ist es im Gemeindealltag. Aber genauer gesagt sind es eigentlich zwei Funktionen. Denn Lobpreisleiter oder Preacher sind gar keine Gaben. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, sondern sind einfach entwickelte Aufgaben oder konkrete Funktionen. Ich mache es mal am Beispiel. Lobpreisleiter, das ist eine mögliche Aufgabe für Menschen, die die Gaben oder die Gabenkombinationen Gebet, Musik, künstlerische Kreativität und vielleicht auch Leitung haben. Aber es ist nicht die einzige Funktion, wenn man die Gaben hat. Zu den Gabenkombinationen und den Aufgaben kommen wir später nochmal mehr. Aber wir lernen, es gibt irgendwie offensichtliche Gaben. Und wenige offensichtliche Gaben. Manchmal kommt man in einen neuen Raum rein, redet eine Sekunde mit einer Person und die Gabe springt einem förmlich ins Auge. Und manchmal ist es ziemlich komplizierter oder vielschichtiger. Und im selben Abschnitt sagt die Bibel uns auch dazu was. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns, die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Gerade die eher unauffälligeren Leute und gerade die eher unauffälligen Gaben sollten in der Gemeinde besonders geehrt werden und ihren Platz finden. Okay, dann kommen wir jetzt vielleicht zur wichtigsten Frage, oder? Wozu? Wozu oder warum eigentlich die Gaben? Was hat sich Gott dabei gedacht? Da dürft ihr mit mir einsteigen bei Epheser 4, Vers 11. Davor werden wieder Gaben aufgezählt. Also es gibt mehrere Bibelstellen in mehreren Briefen. Und dann heißt es, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Also wir lernen die Gaben als Werkzeug und Waffe für unseren Dienst und zur Erbauung des Leibes, zum Aufbau der Gemeinde. Aber nicht nur Aufbau im Sinne von Vergrößern, sondern auch Pflegen. Zum Aufbau der Gemeinde gehört auch Erhalt oder die Stärkung des Leibes dazu, dass der Leib nicht eingeht. Ermutigung gehört dazu. Und dass wir gemeinsam Jesu Wesen besser verstehen können und in diesem gemeinsamen Besserverstehen eins werden. Im Kollektiv ausgeübt helfen uns die Gaben, Jesu Wesen besser zu verstehen. Und am Ende steht ja zur vollen Mannesreife. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch die Frauen unter uns auf sich beziehen dürfen. Das bedeutet einfach erwachsen werden, mündig werden, unser volles Potenzial, das Gott in uns hineingelegt hat, auszuschöpfen. Deshalb gibt es die Gaben. Eine Frage. Wie fühlt es sich an für dich, wenn du vor einer Werkbank stehst und vor dir liegt auf der Bank ein Werkstück, sagen wir aus Holz, und du hast so viele Ideen und Zeit und Motivation, dieses Werkstück zu bearbeiten, aber kein einziges Werkzeug. Zweites Beispiel. Stell dir vor, du bist im Krieg. Du stehst im Schützengraben und es wird scharf geschossen, auch auf dich, und du hast nichts in der Hand, um dich zu verteidigen oder einen Gegenangriff einzuleiten. Wie fühlt es sich an? Vielleicht kennst du das Gefühl. Vielleicht kennst du das Gefühl, aber nicht von der Werkbank, weil du kein Handwerker bist und hoffentlich nicht vom Schützengraben, sondern von deiner Gemeinde. Du fühlst dich wohl, du fühlst dich als Teil der Gruppe und hast trotzdem kein Gespür dafür, was deine Rolle hier eigentlich sein kann. Fühlst dich unnötig, fehl am Platz, vielleicht macht es keinen Unterschied, ob du da bist oder nicht, und dir fehlt das Gefühl, was Gott eigentlich mit dir an diesem Ort vorhat. Die biblische Vorstellung von Gemeinde ist die von einem Kollektiv. Verschiedene Gaben kommen gemeinsam zum Einsatz und dadurch entsteht was Wunderbares. Ich möchte auch noch kurz auf das Thema Gaben und Berufung eingehen. Über Berufung können wir auch eine eigene Themenreihe machen und vielleicht kommt die ja auch noch. Aber, ja, da sie zusammenhängen, möchte ich es einfach auch sagen, Gaben und Berufung hängen miteinander zusammen. Deine Gaben können Hinweis für deine Berufung geben, aber es ist nicht so, dass aus deinen Gaben direkt deine Berufung folgt. Also, wenn du deine Gaben herausgefunden hast, hast du dann sofort weißt, was genau deine Berufung und dein genauer Platz ist. Die Berufung geht über die Begabung und über die Gaben hinaus. Es ist immer noch so, dass Gott die Berufenden befähigt und ihnen das mitgibt, was sie für ihre Berufung brauchen. Genau. Jetzt habe ich ja am Anfang schon von dem Buch gesprochen, das wir lesen. Das möchte ich euch jetzt vorstellen. Das sieht so aus und das werdet ihr bald über eure Kleingruppenleiter schon selber in den Händen haben. Ich möchte kurz vorstellen, wie wir mit dem Buch arbeiten. Es ist, genau, es ist nicht so, dass wir, ja, dass jeder ein Kapitel oder eine gewisse Seitenanzahl zu Hause liest und dass wir dann in den Kleingruppen oder auch hier gemeinsam drüber sprechen, sondern das Buch dient eher als Skript oder als weiterführende Informationssammlung zu dem, was wir hier und auch in den kleineren Gruppen, die auch ihren Platz haben in der Serie, besprechen werden und behandeln werden. Natürlich, wenn ihr das Buch habt, dürft ihr alles schon lesen und euch schon neugierig durchblättern. Auf gar keinen Fall will ich die Neugier stören, gar kein Thema. Genau. Nur eine Bitte, es gibt da auch einen Test und den, und ein Quiz und sowas. Damit dürft ihr noch warten, das machen wir dann alle gemeinsam, gleichzeitig, wenn es an der Reihe ist. das wäre super. Genau. Und das Buch teilt die Gaben auf, alle, also nicht nur die Geistesgaben, in drei Farben. Und da will ich ganz am Anfang auch eins klarstellen. Diese Aufteilung, die ist streitbar. Es gibt auch andere Gruppierungen oder ja, Modelle, die haben vielleicht auch ihren Platz. Wichtig ist, sie ist deshalb streitbar, weil die Gruppierung, wie sie im Buch vorgenommen wird oder auch die Farben, so in der Bibel nicht vorkommen. Selbst wenn ihr, und das ist jetzt meine Einladung an euch, selbst wenn ihr die Einteilung, wie sie in dem Buch vorgenommen wird, blöd findet oder unglücklich, dann ja, lade ich euch ein, lasst euch trotzdem drauf ein. Auf manche Einwände wird am Ende des Buches auf den letzten Seiten direkt auch eingegangen. Könnt ihr da einfach mal durchlesen. Und außerdem, finde ich, ist die Gruppenzugehörigkeit von der Gabe auch gar nicht so wichtig bei der Frage, wie gehen wir mit der Gabe um? Das Interessante ist, die Bibel selber hat keine direkte Anordnung oder Aufteilung der Gaben. Die betreffenden Bibelstellen sind alle von Paulus an unterschiedliche Gemeinden. Und obwohl sie vom selben Autor sind an unterschiedliche Gemeinden, unterscheiden sie sich in ihren Aufzählungen. Bedeutet für uns, keine einzelne Auflistung hat den Anspruch auf Vollständigkeit. Das finde ich wichtig zu wissen. Im Griechischen, und Paulus schreibt ja im Neuen Testament, die Briefe auf Griechisch, wird dafür meistens der Begriff das Charisma oder in Mehrzahl Charismen genannt. Das wird 14 Mal, kommt 14 Mal vor. Manchmal, zum Beispiel im Epheserbrief, auch Doma, um den Geschenkcharakter zu betonen, oder Pneumatika. Pneuma bedeutet Geist für die Geistes- oder Gnadengaben. Vielleicht verwirrt ich das jetzt auch, weil, und das kann ich nachvollziehen, meistens, wenn von den Geistes- oder Gnadengaben gesprochen wird, geht es ja ausschließlich um die Pneumatika, die Geistesgaben. Zum Beispiel Prophetie, Weissagung, Heilung, Zungenrede, Auslegung der Zungenrede und so weiter. Und das finde ich das Schöne an dem Buch und auch an unserer Themenreihe, dass es alle Gaben in den Blick nimmt. Aber zu den Geistesgaben möchte ich eine Sache vorweg schon mal sagen. Denn sie sind in einer Weise eben doch ein bisschen speziell. Unter ihnen haben einige oder viele, wenn auch nicht alle, einen übernatürlichen Charakter. Und wenn wir das hören, Gaben, die einen übernatürlichen Charakter haben, dann löst es in uns, glaube ich, Neugier, Spannung und vielleicht auch Angst aus. Und ich glaube, das müssen wir aushalten. Paulus erwähnt in dem Zusammenhang auch das Handauflegen zur Erlangung der Geistesgaben und sie werden in besonderer Weise vom Heiligen Geist ausgeteilt und bewirkt. Und deswegen, und es steht auch so in dem Buch, sind diese Gaben eigentlich kaum durch einen Ankreuz-Test ermittelbar. Wir machen den Test trotzdem und der lohnt sich, aber das dürfen wir einfach vorher wissen. Genau. Was sind denn natürliche Gaben? Natürliche Gaben kommen in der Regel überall vor. Auch natürlich bei Nichtchristen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, der Leiter vom Daimler in Stuttgart, ich weiß gar nicht, wie er heißt und ob er wirklich in Stuttgart sitzt, ja, vermutlich schon. Ich denke, der hat, ob er Christ ist oder nicht, vermutlich die Gabe der Leitung, sonst wäre er wahrscheinlich nicht dahingekommen, wo er jetzt ist. Und ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass er das nicht könnte, weil er den Geist nicht hat. Ich lade ein, die Begrifflichkeiten des Buchs zu übernehmen, wenn es auch nur ein ganz kleiner sprachlicher Unterschied ist. Das Buch fasst die geistlichen Gaben für alle Gaben, also natürliche und Geistesgaben zusammen. Also geistliche Gaben sind alle Gaben. Aber die Geistesgaben oder die Gnadengaben, das sind die Gaben aus einem der drei Teilbereiche, in dem Fall der blaue. Dazu gleich mehr. Und wir gehen in der Themenreihe auf alle Gaben, auch grundsätzlich über den Umgang mit Gaben ein, auch auf die Geistesgaben, aber eben nicht ausschließlich. Natürliche Gaben, warum werden die auch geistliche Gaben dann genannt? Natürliche Gaben, wie zum Beispiel künstlerische Kreativität oder die Gabe des Lehrens, die auch außerhalb der Gemeinde praktiziert werden, und das ist richtig gut, werden dann zu geistlichen Gaben, wenn ich die geistliche Dimension in die Gabe hineinbeziehe. Wenn ich sie bewusst oder gerade deshalb für das Reich Gottes einbeziehe und einsetze. Ja, so wie wenn wir sagen, der Geist soll jeden Lebensbereich von unserem Leben ausfüllen, so auch deine Gabe, deine ganz natürliche Gabe. Und ich fand es mega spannend zu sehen in der Vorbereitung, dass genau das auch bei Paulus selbst passiert ist. Paulus, der ja alle Briefe geschrieben hat, wo wir jetzt gerade reingeschaut haben, oder zumindest sein direktes Umfeld, Paulus hatte als Pharisäer, da hieß er noch Saulus, auch schon vor seiner Bekehrung die Gabe des Lehrens. Pharisäer waren ja die Gelehrten im jüdischen Volk. Später bekehrt sich Paulus und Hananias legt ihm auch die Hand auf. Und es ist interessant zu sehen, wie die Begabung des Paulus des Lehrens blieb, aber sich völlig neu verändert hat und völlig neu eingesetzt wurde. sie hat eine völlig neue Dimension bekommen. Wenn er vorher als Pharisäer dafür zuständig war, dass im Alltag der Juden die Tora geheiligt wurde, dass sich an die Regeln, Schneidung, Essensregeln und so weiter gehalten wurde und er versucht hat, das zu vermitteln, hat er auf einmal angefangen, vom neuen Bund zu erzählen, Dinge zu erklären und Jesus zu predigen. Und der ist auf einmal auch viel mehr rum gekommen, hat gewirkt vom Orient, Nordafrika bis nach Europa und Asien. Und spannend zu sehen ist auch, dass eine neue Geistesgabe dazugekommen ist, nämlich die des Apostels. Paulus gilt bis heute als der Ur-Apostel in der Christenheit. Und da muss ich sagen, bin ich so gespannt zu sehen, was in nächster Zeit bei uns hier in der Gemeinde und bei dir passiert. Ich bin so gespannt, welche Gaben völlig neu entdeckt werden und wir anfangen und lernen, erste Schritte zu gehen, auch mal Fehler zu machen, aber voranzugehen bei völlig neuen Gaben. Und ich bin auch gespannt, welche Gaben, von denen wir eigentlich schon wissen. Auf einmal völlig neu mit dem Heiligen Geist geflutet werden und wir auf einmal ganz neu damit umgehen und es ganz neu einsetzen werden. Ich habe schon gesagt, der Titel von dem Buch heißt Die drei Farben deiner Gaben und ich will auch kurz sagen, warum. Und zwar der Kern des Modells und es zieht sich durch die ganze Serie ist die Trinität Gottes. Hast du bestimmt schon mal gehört? Die Trinität Gottes aus den drei Personen Schöpfer Vater, Jesus und Heiliger Geist. Und der Übersichtshalber wird jeder Person eine Farbe zugewiesen. Dem Schöpfer Grün, Jesus Rot und dem Heiligen Geist Blau. Und dem Modell nach gibt es auch gewisse Dinge, die den drei Farben zugeordnet werden können. Und da gibt es mehrere, ich möchte einfach zwei, um es klar zu machen, einfach beispielhaft erklären, aber ihr dürft einfach im Buch selber mal nachlesen, da steht noch mehr. Es gibt zum Beispiel drei Werke Gottes, die in dem jeweiligen Bereich besondere Bedeutung haben. Zum Beispiel Grün, die Schöpfung, Rot, das Kreuz auf Golgatha und Blau das Pfingstereignis, als der Heilige Geist zu den Jüngern kam. Oder es gibt drei Autoritäten, die den jeweiligen Bereich oder wonach sich die jeweiligen Bereiche auch ein bisschen ausrichten. Im grünen Bereich ist es die Wissenschaft, im roten Bereich die Bibel und im blauen Bereich das Erleben. Und da, wo es spannend wird, das sind die, so nennt es das Buch, die drei Dimensionen des Dienstes. Man kann vielleicht sagen, die jeweiligen Ziele des Bereiches. Das ist im grünen Bereich Weisheit, im roten Bereich Engagement und im blauen Bereich Vollmacht. Und wenn wir jetzt so die Farben und die Begriffe, die ich gerade gesagt habe, angucken, dann merken wir eins ganz schnell, man kann die Dinge nicht gegenseitig ausspielen. Weisheit ist wichtig, aber genauso wie Engagement und Vollmacht. Oder die Schöpfung ist nicht weniger wichtig als das Pfingstereignis oder das Kreuz. Ja, wir merken, alle Punkte sind wichtig und man kann sie auf gar keinen Fall gegenseitig ausspielen. Und deswegen ist das Ziel in diesem Buch und auch in unserer Themenreihe und vielleicht in deinem ganzen restlichen Leben ein Dreifarben Christ zu werden. Ein Dreifarben Christ. Was ist ein Dreifarben Christ? Ein Dreifarben Christ ist jemand, der nichts ausklammert oder weglässt, das Gott für ihn vorbereitet hat. Ein Dreifarben Christ ist jemand, der sein Glauben nicht einseitig lebt. Jemand, der auch seinen blinden Fleck finden möchte und auflösen möchte. Und jemand, und das ist das Wichtigste, der geistliche Frucht tatsächlich hervorbringt. Was ist geistliche Frucht? Ganz einfach, wenn geistlich etwas rumkommt. Ich glaube, beschäftigt sind immer alle und es gibt ganz viele Möglichkeiten, die wir tun können und ja, Zeit ist immer knapp. Entscheidend ist, wobei geistliche Frucht entsteht. Vollmacht ohne Engagement ist nutzlos. Engagement ohne Vollmacht sieht super aus, kann man viel machen, hat aber keine Frucht. Der Schlüssel zu geistlicher Frucht ist Vollmacht mit Engagement mit Weisheit. Und das ist der Schlüssel zu geistlicher Frucht. Und in dieser Themenreihe möchten wir uns danach ausrichten, das genau anschauen, die nächsten Abende, um mit dem Ziel, was ich gerade gesagt habe, jeder selber in drei Farben Christ zu werden. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Jesus, ich danke dir für die Themenreihe, ich danke dir für diesen Abend und die Möglichkeit, dich und deinen Wesen näher kennenzulernen. Ich danke dir, dass wir lesen dürfen, dass du jeden Menschen, der Teil vom Leib Christi ist, wunderbar begabt hast und dass es so viele Dinge gibt, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Und ich bete für jeden Einzelnen, für Neugier, für Mut, ja, und auch die Kraft, Ängste zu überwinden, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, welche Gaben du eigentlich für uns bereit hast. Herr, ich bete für den heutigen Abend und die nächsten Wochen, dass du neue Gaben freisetzt und dass du einen Hunger in unser Herz legst, mehr zu entdecken, was du für uns vorbereitet hast. Vielen Dank für den Abend und dass du mitten unter uns bist. Amen. Tschüss.